Wer ist's? Nee, es kommt noch ein Squad mit So, fuck, komm nie doch alle Ah, du heilige Bitte helfe sie mir! Ich hab ne UMP Okay, ich flupper die jetzt alle Oder die mich Ich hab ne Pump kann auch sein menschen töten gar keinen druck ich krieg sowas so flubbern meine gegner das ist ne net ruhig bleiben oh ne bei mir ist der andere drin der hat auch keine Waffe komm hoch Felix der hat auch keine Waffe der ist raus ist da rüber als andere ja ja komm OMP der hat nen Hit ich möchte diesen Crossball so ne pump man ich glaub das sind aber noch mehr bevor der Waffen findet dieses kleine Gorilla-Team mann ne der hat jetzt glaub ich noch mehr drin aber da bin ich mir ne das ist ein Elefant einfach 10er wenn das nicht eher ok von ner Gräusche vielleicht aber ja ja das meine ich ja 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 das red mich so aus da ist jemand drin das ist ein Bot was ist das war das ein Bot? ich weiß es nicht das ganz dort ist dort war ich ein Bot ja du bist fast tot ja das war von nein das war nicht der Bot das war der echte Gegner der mich kurz fast ich lass mich doch nicht vom Bot töten ja ich hab nix zusagt also wenn hier noch jemand kämmt dann bin ich sauer du hörst dich ein bisschen an, find ich wie Shira ich? wie Shira? ja ja so ein bisschen von der Stimme nein hast du nicht ja da waren doch Gegner da ist noch einer bei dir Tami ja ja hinter dem Dings ich will nicht runterspringen Dami Tami до neun woerm Adam da hab ich denn jetzt 1000 муж monetэ7m substfan kam ich komm ich komm ich komm nemm Glaubt ihr mit der Scar ich bin beruhigt der mit der Scar ist genug er läuft jetzt sein Maid rein S ? Wann wollen wir den pushen? W empez mit da dann geh du jetzt rein oh mein Gott ich muss durchs Haus ich komme nicht rein Ich komm mit. Ist einer nach rechts da gerannt, glaub ich. Bin da. Die sind jetzt wahrscheinlich zu zweit wieder. Ist nur an Bord. Ich weiß nicht, dass die Granate legt. Ich komm mit. Ah, da kommt noch dummes Ding. Der eine ist low. Oh, ich brauche den. Von rechts. Dieses Gorilla-Fieber, das fackt mich so ab. Warte, pass auf, dass die nicht nades laufen müssen. Molotov liegt jetzt oben, hast du? Ich bin auch ziemlich low. Danke. Wir sind da rechts. Ah, da hat er plant. Jetzt kommt's. Das kleine Feature ergert mich so sehr. Einer knock? Ja! Wir haben beide das gleiche gemacht, oder? Ja, sehr schön. Schön gemacht. Ja, da läuft jemand vor den Containern. Wir könnten den von Jelich holen. Wir könnten den von Jelich holen. Nee, lass, bleib mal hier stehen. Hier können wir den holen. Jo, ich spüre die einfach mit dem 6er weg. Ich spüre die einfach mit dem 6er weg. Er ist so low. Ich bin ja nur eingesehen. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ist jemand am Drop? Ich hab keine Ahnung. Boah, Manni! Woah. Wollen wir da ran, oder? Er hat einfach nix getroffen. Ja, ja. Können wir machen. Ich habe eine UMP mit 6er Scope, Mann. Ah, lass mich rein. Ich habe gar keinen Scope. Ey, Leute, da steht einer am Party. Nee, geht es nicht mehr. Kommt rein. Einer von denen ist absolut low. Kamen muss einsteigen. Einer von denen habe ich zum Glow geschossen. Wollen Sie sich mal fahren an die Lagerhalle oder was? Ja, oder? Ja, mach mal Lagerhalle. Ich fahre in die Motorrad. Let's go. We're going on a trip to kill some enemies. Oh mein Gott, dieses Vieh. Einer noch. Vor mir ist noch einer. Ja, ich traf hier jetzt. Stärk. War das allo? Ja, war das allo? Ja, ja. Der war direkt. Ich bin so fett und habe den Licht getroffen mit der Krotzer. Ich sehe das so schlecht. Da sind wir hier auf dem Main. Ich halte unten drücken. Gut, dass jetzt Gegner kommen. Das ist eine gute Ablenkung. Ich rechne es. Sollen wir rein? Ja, können wir nicht. Sind die da? Ja, da. Einer. Da. Einer ist aber noch unten. Oh, das Healing. Ich habe den Nade hier aus dem Geworfen. Pass auf. Was bringt dir eigentlich dieses kleine Vieh? Oh, hä? Wieso werden die Nade hier ausgeworfen? Ja, wir werden die von der Treppe. Ja, die wurde inzündet. Ich kann die... Hä? Ich zück die und die wird inzündet geworfen. Warum? Stopp. Oh, der ist tot. Oh, der war es solo? Ja. Das ist wie ich bringt mir im Prinzip vor uns. Wir werden auch einmal Leute am Berg und zu werden uns komplett down. Das sind wir nur hinterher. Wer macht das nicht? Und Emotes macht es halt noch. Hä? Ist gerade durch den Boden nach oben. Ja, das ist vor uns nicht, wenn es nicht richtig hinterher sind. So, mit zum Special. Das ist von mir. Wo dann am besten ist? Oh, ja, da können wir hin. Die sind nur um sieben. Ach, Mann. Das sind schon. Ja, das kennen wir schon von dem Stream, ne? Ich will länger sein. Oder dann ein Video mit mir waren dann noch dabei. Ich will noch einmal. Es ist nur noch nicht mehr anzüllen. Und, Jess, 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 Jess. Ich will noch nicht mehr an die Beyonce-Nade, Jess. Ich will noch nicht mehr an die Beyonce-Nade. Jess, Jess, Jess. ich bin eine beste Freundin bitte helfen Sie mir wir haben keinen Kontakt mehr hat jemand in der Hand hast du vorhin schon gefragt kann er sein, hallo kann er sein, dass jetzt einer einen aufgesammelt hat ich rechte, dass es mich auslöst vorne fährt ein Buggy, ich halte ihn hier an an dem Stein oh, Eier hat sich den gelegt der ist im Kraft, im Kraft jetzt noch Digger, Full Türken Squad ich sag dir so wie es ist ich lag gerade im Gras aber keiner hatte die Flagge also die türkische ich bin nur alle im Gras gelegen ich krieg nichts auf Reihe wir haben wirklich zu viel im Gras gelegen, ne also ein bisschen nie eingespielt also jetzt, ne jetzt reicht's dann wieder merkt mal jetzt nicht frech hier ist noch ne Arbeit ich werde gleich auch frech meine Wester hier ist noch ne MK ja, ehrenlos warum kämpst du da oh, kann mich schnell einer holen? oi 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 der ist ne, ich hab's noch verdammt och man, wieso sind denn da jetzt schnell wieder welche du checkst auch nicht ich bin immer ganz schön das war mit dem Titel 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 ich hab nur, meine Wester hat nur 5 Leben Mann wir müssen zu ohne, ich würde glaube ich alle lieber zählen und irgendwie versuchen aber, ich komm nicht weg I'm gonna cry jetzt kann ich die Wester ausziehen Is my diamond earrings Un kleiner Piffer, man Ich geh nach hinten, ich will in die Zone müssen sie Häuser saven ne, 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 lass, lass bei denen die Zone Nein, der Tank ist leer, fuck ey, die kommen Steck auf, steck auf, steck auf Oh mein Gott Die sind oben Ja Hast du beide? Ja Das ist so geil, ehrlich Was hast du gemacht? Das ist oben noch, das Haus Nein, nein, nein Nein, nein, nein Das ist wie so eine fette Seera Das ist kritisch Leute, guck mal, mein neues Oi Oh fuck Oh fuck Ich fahr ein bisschen rum, die abzulehnen, kannst du es moten? Ja, hat mich Geiler Acker von Felix Ich bin tot Ja, sie soll es moten Oh, geil Ja, ich verblüte so schnell, weil ich schon so oft noch war Bis zu sein Felix Hat auch nicht den Hedgehock bekommen, ne? Mach ich mach mal Das ist Ablaufungsmanöver Einfach wegfahren Nein, ich hab ja den Kreis gedreht Tami, ich komm gleich zu dir, wir gehen in die Zone Die Olli ist schon wieder überlebt, ne? Ja, das ist richtig eklig Ja, das ist richtig eklig Ja, das ist richtig eklig Und dann, ich kann das nur noch mal topisch E-G 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 Der muss irgendwo an der Mauer sein, ich muss auch machen. Oh, ich hab nen Ohrwurm! Oh no! Ich bin schon auf wie das kleine Tami. Was machst du da Tami? Au! Wo ich die Zone für ihr geteilt habe, einfach wild. Nein, ich seh da niemanden. Ok. Kurz nach dem Fall, gerne. Ui! Ich schau dem nicht mehr zu, das ist zu langweilig. Ah ja! Aha! Das passt wohl nicht mit MVP Justus, ne? Ja. Ja. Trotzdem mehr Kills. Mitten im Game, also grad im Endfall, bevor die Gegner kamen, hat man halt einfach Lautsprecher angemacht und dann hab ich den Sound über nen Lautsprecher vom iPad auf einmal wieder aufm Kopfhörer und ich stelle so her, what the fuck? Ja. 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 Ja.